Teuer ist dein Outfit? Ähm, Kalkani Shirt, fangen wir hier an, Kalkani Shirt, 35 Euro, aus den Snipes. Ketten, hab ich mir gegönnt, beim Juwelier bei mir hier, 150, 100 Euro. Ähm, Hose, hab ich bekommen. Ähm, auf dem illegaler Event hab ich geschenkt bekommen von so einer Marke. Wie hier. Also hab ich nichts bezahlt dafür. Ähm, Calvin Klein Boxer Shorts, 20 Euro. Und Brille, 200 Euro. Headset, 120, glaub ich. Und, ja, so hab ich nicht. Ja man, das ist mein Outfit. Gucci Bag, natürlich original, 500 Euro. Und die Rollie an meinem Arm, 20k. Und, ja. Und, ja. Und, ja.